Jetzt wird ausgepackt! Das Ding. Gleich geht's weiter. Wie versprochen wird jetzt ausgepackt und zwar unsere Special Edition Box limitiert auf 150 Stück von unserem neuen Album Reborn Again. Es ist quasi ein offizielles Unboxing-Video. Hier ist die Box. Wie ihr seht, es ist eine dicke Pappe und zwar rundum bedruckt. Dick. Kann ich euch sagen und vielleicht seht ihr das auch durch die Kamera. Richtig geil aus. Das ist richtig geil. So, ist wie gesagt eine Box. Hier wird limitiert. Also hier wird handnummeriert. Die Nummer aufgeschrieben. Das heißt, das ist auch was wunderbares für Samo. Und jetzt machen wir das Ding auf. Ich bin so gespannt. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Ich weiß das ja nicht. Mir sagt ja keiner was. Das kann man quasi hier so aufziehen. Dann hört man hier so einen Teil. Wir können es hier vornschönen. Vorschönen. Man legt es vornschönen dahin. So, dann schauen wir mal, was sich hier in dieser wunderschönen vornschönen Box verbirgt. Und zwar das allererste, was mir jetzt hier auffällt und mir in die Finger krabbelt, ist ein Plektrum vom Malfred. Wunderschön. Auch hinten noch beschriftet. Sehr schön. Für euch. Könnt ihr auch gerne mitspielen. Dann gibt es noch einen Godslave-Button ans Revers, beziehungsweise an die Kutte. Dann etwas ganz besonderes und tatsächlich ziemlich special. Und zwar gibt es einen Download-Code, einen individuellen, deshalb halte ich hier so ein kleines bisschen zu. Weil da nämlich jeder seinen individuellen Code kriegt für den Download des kompletten Albums in bester Qualität. Und noch einen Special-Track, der da heißt The Disintegrators. Na, wer kennt ihn? Wer weiß, was es ist? Verratet es nicht. Das ist auf jeden Fall drin. Sehr coole Sache. Dann, Überraschung, haha, unser Album. So sieht es aus. Nee, die Gepäck. Wunderbar. Wir haben es schon mal aufgepackt. Das ist natürlich nachher eingeschweißt, selbstverständlich. Das sieht so aus. Die Gepäck halt, ne? Wie ein wunderschön booklet. Da gucken wir jetzt nicht rein, dann machen wir vielleicht noch ein eigenes Video zu. Vielleicht auch nicht, dann könnt ihr euch überraschen lassen. CD. Oh, das könnte man heute sehen, ne? Und das allergeilste sind die Songs, die da draus sind. Die 28 Songs. Fast. Aber das gefällt uns persönlich natürlich am allerbesten, diese Songs. Wir sind sehr gespannt, wie ihr es findet. Die ist drin. Und dann noch eine sehr persönliche Sache. Und zwar ein handgeschriebener Songtext. Wir haben alle die Hand, wie soll man sagen, kreisen lassen und uns ordentlich Krämpfe in die Hand besorgt. Und dann haben wir die Texte geschrieben. Also jeder von uns hat sich einen Song ausgesucht und hat entsprechend 30 Texte geschrieben. Das heißt, wir sind bei 150 gelandet, genauso wie das Ding auch limitiert ist. Und das ist quasi handgeschrieben, bekommt ihr an. So, und jetzt das, zumindest von der Größe her auf jeden Fall das Highlight der Box. Ihr habt es ja schon auf dem Bild gesehen. Die Fahne. Und jetzt schaue ich mal, ob ich das auseinanderfalten kann und es direkt richtig machen. So. Ich glaube, das ist richtig falsch. So. Ich stecke mal auf. Achtung. Da, 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 da. Vielleicht kann man jetzt so ein bisschen Musik hinten dran machen. So Fanfaren oder so, die sich langsam aufbauen. Damit kann man sich wunderbar zudecken in einer kalten Winternacht. Man kann sich eine Bandana auf den Kopf schnallen. Man kann sie als Fahne auf dem Festival benutzen. Man kann nach dem Duschen die Lände bedecken. Oder irgendwas damit machen. Aufhängen. Aber wir finden das Ding richtig geil. Ich hoffe, wir auch. Und dann noch ganz wichtig, die Information. Ich mache das später dann da zusammen. Ganz wichtig, die Information. Wenn ihr das Ding vom 9. März noch haben wollt, bestellt am besten jetzt in unserem Shop. Denn es sind nicht mehr so viele da. Wenn ihr es noch zum Release des Albums haben wollt, solltet ihr auf jeden Fall jetzt sofort bestellen. www.gottslave.de.shop Da gibt es eine eigene Kategorie für diese Box. Schaut euch an in Kombination mit Shirts. Sind die Shirts unglaublich günstig. Auch mit dem Ticket für unsere Release-Show am 24. März. Guckt rein. Bestellt euch das Ding wirklich am besten jetzt. Sonst sind eben keine mehr da. Also. Wir freuen uns, euch auf unserer Tour sehen zu können. Und habt viel Spaß mit der wunderschönen Box. Und wir sehen uns. other guide wird durch. Vai Monument.